Servus Leute, hier ist der Dennis und herzlich willkommen hier endlich zu F1 2015. Ja Leute, wir mussten knapp einen Monat länger warten hier auf den Release von F1 2015. Das Ganze wurde ja verschoben vom 12. Juni auf den 10. Juli 2015 und heute am 10.7. am Freitag, so als quasi Start in das Wochenende hinein, geht es nun endlich los mit F1 2015. Wir starten durch mit unserer Meisterschaftssaison, mit dem neuen Karrieremodus, quasi hier in F1 2015 natürlich. Mit Sebastian Vettel, wie es ja auch schon angekündigt war, ihr habt ja gevotet. Für den Heppenheimer, ihr habt die meisten Stimmen bekommen im Scuderia-Ferrari-Team. Das Ganze natürlich mit dem KI-Schwierigkeitsgrad-Legende, um das Ganze natürlich auch spannender zu halten. Wir fahren natürlich im Ferrari-Team, im Feld zumindest momentan, zweitbesten Auto. Deswegen natürlich schön die KI auf Legende stellen, um natürlich auch eine Herausforderung zu haben. Wir müssen natürlich jetzt auch noch die Teilnahmeauswahl auswählen. Sprich, ob wir jetzt ein langes, ein kurzes oder ein normales Wochenende nehmen. Ich habe mich für das normale Wochenende entschieden. Dort haben wir eine 30-Minuten-Training-Session, ein kurzes Qualifying und eben ein 50-prozentiges Rennen. Also da könnt ihr euch wieder mal auf 50-prozentige Rennen freuen. Auf mehr Action natürlich mit doppelter Renndistanz, als ich es eigentlich geplant hatte. Und da würde ich einfach mal sagen, legen wir jetzt endlich los mit F1 2015, mit unserer ersten Meisterschaftssaison, mit Sebastian Vettel im Scuderia-Ferrari-Team. Los geht es, Leute! Nach einer ereignisreichen Testphase ist endlich das erste Rennwochenende der Saison gekommen. Willkommen zurück bei der Formel 1. Jetzt fragen sich natürlich alle, welche Teams ihre Probleme während der Testphase lösen konnten und welche schon genug Leistung bringen können, um sich früh an der Spitze zu positionieren. Die Teams werden beim Kampf um die Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeisterschaftsstrecken auf fünf Kontinenten besuchen. Was meinst du? Auf welches Rennen konzentrieren sie sich dieses Jahr am meisten? Ich glaube, sie freuen sich schon auf den Grand Prix in Mexiko, der erstmals seit 1992 wieder stattfindet. Und zwar im Autodromo Hermanos Rodríguez in Mexiko City. Dieses Jahr kehrt Honda wieder in den Sport zurück und lässt seine erfolgreiche Partnerschaft mit McLaren, eine der größten der Formel 1-Geschichte überhaupt, wieder aufleben. Denkst du, dass Honda an seine alten Erfolge, an die Erfolge aus den 80er und 90er Jahren anknüpfen kann? Es wird nicht leicht sein, aber ich denke schon. Es waren einige harte Jahre für McLaren mit dem Verlust Hamiltons, Mercedes Rückzug als Anteilseigner und großer Teaminvestor und mit dem Ausstieg von Paddy Lowe als technischem Leiter. Dies könnte der Anfang für ihren erneuten Weg an die Spitze sein. Okay, Jeff hier. Der Funkcheck scheint in Ordnung zu sein. Bevor wir anfangen, wollte ich dir noch sagen, wie sehr ich mich darauf freue, mit dir zusammenzuarbeiten. Dein Erfolg ist mein Erfolg. Also geben wir unser Bestes. Falls du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ja, Leute, los geht es endlich mit F1 2015. Wir befinden uns gerade in der Trainingssession, sitzen im Cockpit von unserer schönen roten Göttin. Ich bin natürlich selber auch Ferrari-Fan, deswegen hat es mich gefreut, dass Sebastian Vettel beim Voting gewonnen hat, natürlich als Guderia-Ferrari-Fan, als langjähriger Ferrari-Fan. Seit 2006, seitdem ich wirklich aktiv die Formel 1 verfolge, bin ich Ferrari-Fan. Damals noch mit Zeiten von Schumacher und dann eben so weiter. Mit Philippe Massa, Kimi Reykönig und jetzt eben die neue Ära von Sebastian Vettel hier bei der Guderia-Ferrari. Gefällt mir natürlich auch wirklich sehr gut, denn ich finde, Vettel ist zwar jetzt nicht unbedingt mein absoluter Lieblingsfahrer, beziehungsweise ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass er der Talentierteste im kompletten Feld ist, aber er ist ein wirklich sehr guter Fahrer. Natürlich nach seiner Verkorksen-Saison 2014 gefiel mir auch so die Geschichte dahinter. So nachdem Sebastian Vettel 2014 absolut in den Boden, denn ich jetzt einfach mal gefahren wurde, von seinem Teamkollegen, der sich gerade mal in seiner zweiten Saison befand, also noch ein, ja ich nenne es jetzt einfach mal Rookie wahr, ich denke mal in der zweiten Saison kann man eine noch als Rookie bezeichnen, wenn man jetzt nicht unbedingt die, ja, größten Ergebnisse geleistet hat in seiner ersten Saison, wie als Beispiel an Louis Hamilton. Wir sehen jetzt hier auch schon im Hintergrund die neuen Einstellungsmöglichkeiten für unser Auto. Ich habe da aber ehrlich gesagt nicht so wirklich durchgeblickt. Man sieht hier schon, man kann wirklich unglaublich viel verstellen. Man kann an der Aerodynamik natürlich etwas verstellen, das war natürlich schon vorher da. Man kann auch was am Bremsdruck verstellen, man kann hier mit dem Gaspedal rumspielen, mit der Radaufhängung, mit dem Radsturz, mit der Vorderspur, mit der Vorderachse. Dann natürlich hier auch noch mit dem Stabilisatoren, mit dem Vorderen und den Hinteren, mit dem Reifendruck wie gesagt, mit dem Vorderen und Hinteren, mit dem Ballast, mit der Gewichtsverteilung eben. Und am Ende auch noch natürlich, was ich selber natürlich auch konnte, nämlich die Benzinlast. Das konnte ich wirklich nur reinstellen. Also das war noch im Bereich des Möglichen. Los geht es jetzt auch mit unserer einzigen Trainingsrunde, die ich jetzt hier wirklich gefahren bin, die auch meine schnellste war hier im Training. Ich denke mal, das ist jetzt nicht unbedingt jeder Rede wert. Die Trainingssessions werde ich, denke ich mal, auch größtenteils jetzt nicht unbedingt zeigen, weil es auch nicht wirklich interessant ist. Ich kann nur sagen jetzt, das war so mein erstes Fazit hier im Training, wie ich mit dem Ferrari klargekommen bin. Also mit dem Ferrari bin ich hier im Training wirklich sehr schwer klargekommen. Also es hat sich wirklich komplett anders für mich angefühlt. Das ist eben auch so diese Sache, Leute, die nur außen stehen, die Spiele selber nicht spielen, das fällt besonders bei Sportspielen auf die Sagen. Jedes Jahr, ja F1 ist das Gleiche. Man muss auch sagen, F1 war wirklich jetzt die letzten Jahre öfters mal das Gleiche, auch besonders vom Fahrgefühl her. Aber F1 2015, das ist für mich wirklich ein komplett neues Fahrgefühl gewesen. Ich habe mich richtig, ja, unwohl gefühlt hier in diesem Ferrari aus dem Jahre 2015, hier im Cockpit von Sebastian Vettel. Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, denn es hat sich einfach nicht angefühlt. Wir F1 2014, deswegen habe ich mich einfach komplett unwohl gefühlt. Wir sind im Training auf Platz 13 gelandet, deswegen jetzt nicht unbedingt der Redewert. Platz 13 ist jetzt nicht unbedingt schlecht für das erste Training hier im Ferrari, aber auch natürlich geht es deutlich besser. Wir liegen natürlich deutlicher unter dem Sollt. Wir sollten Fünfter werden, deswegen mit Platz 13 ist man natürlich hier deutlich unter dem, was erwartet wurde. Natürlich sehen wir hier mal wieder die klare Mercedes-Dominanz, ganz vorne mit Nico Rosberg, Louis Semmel, dahinter dann. Philippe Massa, Kimirey Künnen, Valtteri Bottas, Max Verstappen, starke Leistung von ihm, Daniel Ricciardo, Pastor Maldonado, Romar Grosjean und Marco Serexen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir legen los mit dem, was wichtig ist, nämlich mit dem Qualifying hier beim großen Preis von Australien in Melbourne. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Kraftpaket von Mercedes dieses Jahr besonders stark sein wird, aber ich würde Red Bull und Ferrari noch nicht ganz abschreiben. Wir wissen ja, dass sie das Talent und die Ressourcen haben, mit jedem Problem fertig zu werden. Sie fangen vielleicht langsamer an, aber ich erwarte, dass sie zum ersten Rennen in Europa mit einigen großen Updates aufwarten können. So, jetzt wird es nämlich interessant. Wir legen los mit dem Qualifying, eine 18-minütige Session, haben wir hier bei diesem normalen Wochenende, beim langen Wochenende, hätten wir eine komplette Session mit Q1, Q2, Q3, aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch schon so ein bisschen daran gewohnt, eben nur eine Session zu machen aus der F1 2014, beziehungsweise aus der F1 2015 Mod-Karriere. Und jetzt zeige ich euch auch etwas Neues, was es hier gibt in der F1 2014. Jetzt zeige ich euch auch etwas Neues hier in der F1 2015, nämlich die Live-TV-Übertragungen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Wir sehen hier schon, wir können einfach den Fahrern zuschauen, die momentan eben draußen schon sind und fahren. Wir sehen hier, die meisten Piloten sind natürlich gerade auf ihrer Outlab, deswegen noch nicht richtig schnell unterwegs. Aber das Ganze gefällt mir wirklich sehr gut, ist wirklich sehr gut umgesetzt. Wir können auch die Kameras einfach mal so wechseln, während die Piloten am Fahren sind. Wir sehen hier Felipe Nasademsau bei Fernando Alonso im Erklaren, dann Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg, Luis Hamilton, Roberto Meri, Markus Eriksen, Daniel Ricciardo, Nico Rosberg. Also das ist wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Ist auch wirklich ein sehr nettes Feature. Natürlich jetzt nicht unbedingt das weltbewegendste, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt eine der Hauptneuerungen hier in der F1 2015, aber es ist wirklich sehr nett, mal so nebenbei sich einfach mal so anzuschauen, wie die KI denn so fährt. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, kommen wir auch mal zu unserem Qualifying. Im Qualifying ging es dann schon ein bisschen besser. Mit dem Ferrari bin ich dann deutlich besser klargekommen, habe dann auch ein bisschen mehr Traktion gehabt und war auch ein bisschen mehr vertrauter hier mit der Traktion, beziehungsweise mit dem Fahren in der F1 2015, denn man glaubt es nicht, wirklich vom Fahrgefühl her, ich fahre ja mit Controller, da ist es wirklich deutlich anders als in der F1 2014, beziehungsweise auch mit der F1 2015 Mod-Karriere, da war es wirklich komplett unterschiedlich. Also das Gefühl hier in der F1 2015 ist deutlich anders und das liegt jetzt hier nicht unbedingt nur am Controller. Ich fahre natürlich auch ohne Hilfen, deswegen sollte es bei mir natürlich auch sich deutlich anders anfühlen, aber auch bei den Lenkrad-Leuten, also ich habe viele Kollegen, die F1 2015 haben, die eben mit Lenkrad fahren, die meinten auch, dass es wirklich sehr schwer ist, also das ist jetzt nicht unbedingt nur gelabert von den ganzen Leuten, die natürlich hier über das Spiel berichten. Da gibt es ja öfters mal eben so Berichte, die vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit entsprechen, aber da gibt es natürlich auch mal Berichte, die natürlich nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, aber hier in dem Fall kann ich einfach nur Recht geben, vom Fahren her ist die Farbphysik deutlich realistischer und besser geworden. In der F1 2014 beziehungsweise auch in den Vorgängerteilen, da hast du wirklich auf der Strecke geklebt, bist da wirklich sehr schwer weggekommen, hast dich auch wirklich sehr, ja, schwer weggedreht, aber hier in der F1 2015 ist das deutlich einfacher. Jetzt kommen wir genau über die Ziellinie, jetzt kommen wir auch genau über die Ziellinie mit einer Zeit von 1,28,675. Es hat nicht für eine Verbesserung gereicht, also das kann ich jetzt hier schon mal vorab sagen. Mit der Zeit haben wir uns qualifiziert, jetzt ist natürlich nur die große Frage, mit welchem Platz wir in das Rennen hinein starten werden. Wir starten von Platz 5 in das Rennen hinein. Sebastian Vettel hier im Bild kann natürlich sehr zufrieden sein, das Ziel, was ihm vom Team gegeben wurde, hat er direkt beim ersten Qualifan erfüllt und ich denke mal, damit haben wir uns eine sehr gute Auslage geschaffen, hier für das Rennen beim großen Preis von Australien in der Melbourne. Im Rennen morgen werden Sie nicht zu stoppen sein, falls Sie nach der ersten Kurve noch die beiden ersten Plätze belegen. Aber natürlich haben Sie in der Formel 1 viele schnelle Starter im Rücken. Wir haben hier scharenweise Zuschauer, das wird ein fantastischer Renntag. Willkommen beim großen Preis von Australien. Was für ein toller Saisonstart für Nico Rosberg. Er steht beim heutigen Rennen auf der Pole Position. Das Ergebnis des gestrigen Qualifyings wird ihn sehr gefreut haben. Er weiß aber auch, dass es hart wird, das heutige Rennen zu gewinnen. Rosberg muss sich auf die vor ihm liegende Aufgabe konzentrieren. Er hat eine starke Ausgangsposition und wenn er nach den ersten paar Runden die Nase vorn behält, kann er einen Vorsprung herausfahren. Ich glaube, er hat gute Chancen auf den Sieg, wenn sein Auto mitspielt. Wenn du Lewis Hamilton wärst, wie würdest du heute an das Rennen gehen? Gestern fehlten doch wertvolle Zehntel. Glaubst du, er packt das heute? Der Wagen ist gut ausbalanciert und er muss herausfinden, wo er ein oder zwei zusätzliche Zehntel herausholen kann, um den Unterschied auszugleichen. Wir haben auch gerade schon gesehen, wir starten nicht von der 5 in das Rennen hinein, sogar von Platz 4. Also hat da anscheinend Valtteri Bottas eine Strafe bekommen, wurde zurückversetzt. Deswegen starten wir von Platz 4 in das Rennen hinein, direkt neben unserem Teamkollegen. Los geht es. Wenn die 5. Ampel ausgeht, dann heißt es Abfahrt hier beim großen Preis von Australien in Melbourne. Los geht es. Wir starten relativ okay. Massa kommt direkt an uns vorbei, ist natürlich auch ein begabter Starter. Das haben wir auch letztens schon wieder gesehen beim großen Preis von Silverstone, wo er von Platz 3 auf die 1 gekommen ist. Aber man merkt schon, die KI ist beim Start deutlich verbessert. Man sieht schon, die KI kommt sogar an einem vorbei beim Start. Also so ist es jetzt wirklich nicht, dass man beim Start von Platz 10 auf die 1 kommt. So ist es mittlerweile in der Vereins 2015 wirklich nicht mehr. Das ist wirklich eine deutliche Verbesserung, denn das hat mich persönlich auch so ein bisschen genervt immer in den Vorgängerteilen, dass man beim Start schon einfach einmal durch drei Viertel des Feldes durchschießen konnte. Einfach mal das Ganze am Start, also jetzt nicht wirklich in der ersten Runde, sondern einfach schon am Start durch mindestens drei Viertel des Feldes einfach mal so kommen kann. Und das Ganze, wie gesagt, nur nach dem Start, dass es wirklich schon deutlich verbessert. Hier in der Vereins 2015, die KI startet jetzt mittlerweile deutlich besser und kann auch einen sogar attackieren beim Start. Also das gefällt mir deutlich besser als in den Vorgängerteilen. Jetzt in der ersten Runde, wir haben schon einen Platz verloren eben an Felipe Massa, der den besseren Start hatte im Vergleich zu uns. Jetzt im Windschatten vom Brasilianer im Williams und wir ziehen hier vorbei nach der langen, gerade nach dem zweiten Sektor. Starkes Überholmanöver von uns hier in der Kurve gewesen. Da ist es natürlich immer eng, in der Kurve zu überholen, aber wir haben das Ganze hier sehr gut vollbracht gegen Felipe Massa im Williams. Jetzt aber, glaube ich, kommt auch die Stelle ja genau jetzt hier. Wir kommen wirklich sehr weit raus auf das Gras, berühren auch noch die Wand. Das hat man da auch sehr gut hören können. Rosberg auf der 1, jetzt eben die Attacke von Felipe Massa gegen uns auf der Geraden mit Mercedes-Power. Natürlich überlegen, auch wenn der Ferrari-Motor hier im Jahre 2015 deutlich entwickelter ist und auch deutlich schneller ist als im vorherigen Jahr, ist der Mercedes-Motor immer noch eine Macht in der Formel 1. Deswegen kommt Felipe Massa hier auch deutlich besser vorbei an uns und bei der nächsten Geraden war da auch leider keine Chance mehr, an Felipe Massa wieder vorbeizukommen, also sich quasi zurückzuüberholen. Da hatten wir leider keine Möglichkeit mehr. Jetzt vielleicht können wir uns hier irgendwie vorbeibremsen an Felipe Massa am Ende des ersten Sektors und wir kriegen es irgendwie geschafft. Um ehrlich zu sein, war das, glaube ich, auch abgekürzt, aber in der Situation, um ehrlich zu sein, war es mir auch ein bisschen egal. Jetzt in der dritten Runde aber kam auch wieder die Attacke von Felipe Massa. Also auf der Geraden war der Williams hier deutlich überlegen. Jetzt nochmal eben kurz zur Stelle eben gerade. Wir haben da wirklich sehr unfair überholt, muss ich jetzt sagen, wenn ich mir das Ganze im Nachhinein nochmal anschaue, aber Felipe Massa hat sich ja auch hier zu Recht wieder zurücküberholt. Wir berühren uns da, glaube ich, nochmal, nämlich das linke Vorderrad von uns hier im Ferrari. Das rechte Hinterrad von Felipe Massa haben sich da in der Situation berührt. Jetzt in der siebten Runde vielleicht wieder die Attacke, vielleicht an der gleichen Stelle sogar. Ja, wir können an der gleichen Stelle wieder das Überholmanöver starten und auch vollbringen. Also ein wirklich sehr spannender und interessanter Kampf, der mir hier wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist Racing. Einfach mal über mehrere Runden hintereinander weg duellieren. Das hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben zwar nicht vorne um Platz 1 mit konkurriert, aber gegen Felipe Massa hier diese ganzen Runden mit zu konkurrieren, einfach zu hoffen, irgendwie am Brasilianer in Williams vorbeizukommen, der jetzt wieder an der gleichen Stelle das Überholmanöver startet gegen uns. Das hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht in der F1 2015. Muss man wirklich sagen, es ist deutlich verbessert. Die KI macht jetzt hier auch nicht mehr unbedingt die Fehler, dass wenn sie innen ist, viel zu früh bremst. Also das wurde auch deutlich verbessert hier in der F1 2015. Jetzt in der achten Runde aber ging ich an die Box. Wir waren zwar hinter Felipe Massa, könnten vielleicht einen Angriff starten, aber die Reifen sahen nicht mehr so wirklich gut aus. Deswegen sind wir an die Box gegangen und jetzt schaut euch den Boxenstopp an. Das ist zum Glück hier in der F1 2015 kein 3,7er Boxenstopp, sondern wir sehen uns das Ganze jetzt hier einfach mal an. Das ist ein knapp 2,4er Boxenstopp. Also die Boxenstopp-Zeit wurde jetzt zum Glück auch mal endlich dem realistischen Boxenstopp angepasst. Denn in echt sind die Boxenstopps ja so circa bei 2 und 3 Sekunden. Also irgendwo zwischen 2 und 3 Sekunden befindet sich momentan die allgemeine Boxenstopp-Zeit, die durchschnittliche Boxenstopp-Zeit befindet sich circa zwischen 2 und 3 Sekunden. Und jetzt eben der Undercut, der ist uns auch gelungen, denn in der nächsten Runde kommen wir vorbei an Felipe Massa. Vorher noch knapp 8 Runden gequält hinter dem Brasilianer im Williams. Gar nicht vorbeigekommen und wenn wir vorbeigekommen sind, dann auch wirklich nur mit Glück und dann auch wieder direkt auf der Geraden, auf der Start- und Zielgeraden direkt zurücküberholt. Von Felipe Massa jetzt in der 16. Runde ging auch unser Vorsprung ein bisschen flöten gegen Felipe Massa, denn der hat jetzt auch über die Zeit lange aufgeholt gehabt. Die Reifen sahen, wie man hier auch schon sehen kann, wirklich gar nicht mehr gut aus. Also da hatten wir auch unsere Probleme gehabt hier auf den gelb markierten harten Reifen. Jetzt startet Felipe Massa eben wieder das Überholmanöver wieder an der gleichen Stelle. Wir mussten auch Sprit sparen, um hier irgendwie das Ziel zu erreichen, was mich aber auch ein bisschen irritiert hat, denn unser Renny G-Nerd eben öfters gesagt hier im Rennen, dass wir auf unseren Sprit achten müssen, hat mir öfters gesagt, wie viel Sprit noch übrig ist. Das Ganze hat mich richtig irritiert im Rennen und jetzt am Ende der 17. Runde machen wir auch unseren zweiten und damit auch letzten Boxenstopp auf die hart markierten Medium-Reifen. In dem Fall sind es die harten Reifen, die weiß markierten Medium-Reifen. Hier beim großen Preis von Australien-Melbourne sind es eben die härteren Reifen. Mal wieder, glaube ich, eine Runde früher, als wir eigentlich an die Box müssten. Also Boxenstopp wäre eigentlich eine 18. Runde gewesen, aber wir sind in die 17. schon reingegangen und jetzt wird es wirklich sehr eng. Wir kommen in die 19. Runde hinein. Da ist Philippe Massa gerade aus der Box rausgekommen. Wir haben natürlich klar den Vorteil, unsere Reifen sind langsam schon auf Temperatur gekommen. Die Reifen von Philippe Massa eben noch sehr kalt. Da könnten wir vielleicht unseren Vorteil sehen. Jetzt eben innen hineingebremst und wir kommen vorbei. Man sieht schon, beim Anbremsen hatten wir nicht unbedingt die beste Traktion, aber wir sind vorbeigekommen an Philippe Massa. Jetzt hatten wir das Problem, wir hatten ein Philippe Nasser vor uns. Kann man wirklich sehr leicht verwechseln vom Namen her mit Philippe Massa. Der hat uns hier wirklich sehr gut aufgehalten, muss man sagen. Also zumindest für Philippe Massa hat er uns sehr gut aufgehalten, denn jetzt wieder auf der Start und Zielgeran wieder ein DHS-Manöver von Philippe Massa. Der bringt hier wirklich auch jedes Mal den gleichen Scheiß auf der Geraden mit DHS vorbei an uns. Das ist jetzt hier schon circa das viel zu überholen Manöver von Philippe Massa an uns. Aber ich dachte mir, ja gut, dann kann der Philippe sich gerne mit seinem Landsmann rumschlagen im Sauber, denn der hat wirklich die ganze Zeit nicht locker gelassen. Der hat keine blauen Flaggen beachtet oder ähnliches. Jetzt zum Glück in der 23. Runde war Philippe Nasser auch endlich mal überrundet. Wir konnten uns jetzt langsam mal wieder auf Philippe Massa hundertprozentig konzentrieren. Jetzt auch mal wieder mit DHS hinter Massa gleiche Stelle wie auch schon eben zuvor. Wir können uns wieder vorbei bremsen, also von den Überholmanöver Punkten her zumindest ist es hier wirklich keine große Variation. Aber es ist wirklich sehr interessant hier diese ganzen Duelle zwischen mir und Philippe Massa das war wirklich sehr interessant. Und jetzt kam eben in der 25. Runde Will Stevens, der uns ebenfalls wirklich keinen Platz gemacht hat. Ich hoffe, das Ganze wird vielleicht nochmal nachgepatcht. dass die KI die überrundeten Fahrer jetzt auch mal langsam auf die blauen Flaggen achten. Denn wir sehen es da gerade im Hintergrund. Will Stevens haut Philippe Massa komplett gegen die Wand und der fällt jetzt zurück. Der fällt zurück gegen Daniel Ricciardo. Wir sehen es jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Der hat einen Plattenreifen, sprich durch Will Stevens hat er hier wirklich wertvollen Boden verloren. Kommt damit vielleicht sogar außerhalb der Punkte-Ränge wieder nach seinem Boxenstopp auf die Strecke. Also wirklich sehr schade dort in dieser Situation. Und jetzt auch noch in der 27. Runde. Jetzt wurde es richtig knüppeldick. Wir sehen, Hamilton ist langsam. Hamilton ist langsam, hat keinen Frontflügel mehr. Unglaublich. Erst wird Philippe Massa von Will Stevens abgeschossen und dann hat Lewis Hamilton keinen Frontflügel mehr. Vielleicht auch durch einen Überrundeten in der Situation. Vielleicht ebenfalls wie Philippe Massa durch einen Überrundeten den Wagen beschädigt. Und damit verliert er seinen ersten Platz. Der war nämlich auf Platz 1 liegend. Und das heißt Ferrari 1, Ferrari 2. Das ist der Doppelsieg. Kimirei Köhnen ist als erster durchs Ziel gekommen. Wir können uns als Zweiter hier feiern. Zwar nicht der verdienteste zweite Platz, aber ich denke mal von der Leistung her war das Ganze hier wirklich sehr spannend und sehr interessant anzusehen. Zwar wären wir hier eigentlich verdient, Vierter geworden, aber wir können uns als Zweiter hier beim großen Preis von Australien in Melbourne feiern lassen. Ja Leute, das Rennergebnis sehen wir jetzt hier. Doppelsieg für die Scuderia direkt im ersten Rennen. Nach dem verkorksten Jahr 2014 beginnt das Jahr 2015 direkt mit einem Doppelsieg. Als Dritter kann sich Max Verstappen feiern lassen. Als 17-Jähriger denke ich mal als jüngster Fahrer auf dem Podium mit gerade einmal 17 Jahren beim ersten Rennen auf dem Podium. Dahinter dann Daniel Kwiat, Louis Hamilton nur auf der 5. Louis Hamilton nur auf der 5 hat natürlich wertvollen Boden verloren, ist aber wenigstens noch auf Platz 5 gelandet, nimmt damit wenigstens 10 Punkte mit, aber wirklich sehr enttäuschend für Mercedes gerade einmal 10 Punkte mitzunehmen. Da wären eigentlich die 43 Punkte möglich gewesen mit einem Doppelsieg, aber am Ende hat die Scuderia Ferrari hier diese 43 Punkte eben einsacken können. Dahinter dann wie gesagt Max Verstappen, Dani Kwiat, hinter Hamilton haben wir dann noch Daniel Ricciardo, Romagraja, Valtteri Bottas, Jenson Button und Pasta Maldonado. Schade für Philippe Massa nur auf Platz 12 liegend. Wirklich sehr schade für Philippe Massa, denn er hat wirklich ein sehr spannendes und sehr, ja, ein wirklich sehr spannendes und sehr, hatte wirklich ein sehr spannendes und wirklich sehr langes Duell mit uns, wirklich sehr viele Runden hintereinander, haben wir uns da wirklich sehr hart duelliert und am Ende eben mit uns als Sieger. Damit haben wir Platz 2 hier beim großen Preis von Australien in Melbourne, im Albert Park hier uns gesichert. Schade für Philippe Massa, der hätte wirklich den dritten Platz verdient gehabt, aber nun ja, so ist es halt leider geschehen durch Will Stevens hier nicht mal einen Punkt mitgenommen. Sehr schade für den Brasilianer im Williams-Team, aber nun ja, so ist eben die Formel 1 und da würde ich einfach mal sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Like da hier für den ersten Part von F1 2015, hier von dem Karriere-Modus mit Sebastian Vettel von der ersten Meisterschaftssaison, mit dem Heppenheimer im Scuderia-Ferrari-Team. Wie gesagt, lasst einen Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat und dann würde ich einfach mal sagen, ich bin raus, bis dann, haut rein, wir sehen uns dann vielleicht morgen schon beim zweiten Part in Malaysia, haut rein und peace!